Alter, mein Herz macht das doch bald nicht mehr mit. Hey, du scheiß Puppe, you. Oh, fuck me. Oh, Gott. Bitte nicht. Ich möchte gehen. Ich muss wo blank. Ich weiß es nicht. Ich renne hier einfach rum. Du, du, du. Hey. Okay. Oh Mann, bei denen lief echt einiges falsch, ne? Mach zu, alles wird gut sein, du wild bist, gut, ihr holt mich auch in den Torbissen, einladend, natürlich. Hallo, oh nein, nicht du schon wieder. Oh Gott, bitte springt sich aus irgendeiner Tür. Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Ja, es ist zu spät, das Klavier ist kaputt, der Flügel. Oh Gott, ich brauche das Feuer. Feuer, und der Regen. Zieh auch auf. Das zu, das auf, das auf. Dann gehen wir erstmal hier lang. Acht. Huah. Bro, ich kann das nicht. Ach. Uh. Ich empfiehle eine Zahl. Theoretisch gesehen, ich kann hier auch eigentlich rätseln, oder? Auf da. So, mach mal hier zu. Ich rätsel jetzt die Zahl. Wir machen hier die, äh, die acht hin. Acht. Dann machen wir die fünf hin. Sonst kommen wir mal. Zack, zack. Ah. Freifeld. Freifeld. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Nicht, nicht schon wieder. Ihr könnt euch nicht ansatzweise, glaube ich, vorstellen, wie schlimm das gerade ist. Das zu spielen. Aber ich lieb's irgendwie. Ich mag diese Nervenkitzel dahinter, dass jeden Moment mir was im Nacken springen könnte. Aber ich scheiß mir auch gerade wirklich in die Hose. Oh Gott. Oh Gott. Are you insane with those candles? You will burn. Ah. Nö, ne? Was? Was fehlt... Was fehlt von mir? Gleich wie gerade eben? Ähm. Ich hole mir irgendwas aus. Oder... Ich hab wahrscheinlich gerade irgendwas übersehen, ne? Ich guck jetzt sofort. Ich guck jetzt sofort. Der hat jetzt einen Sack. Hätt der klappen können? Ähm. Ach da. Oh mein Gott, bin ich blind gewesen. Ohhhh. Ohhhh. Weih! Neeeee. Reichde, kommt hier! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. oh mein gott bitte nicht bitte nicht 6 1 leck mich am arsch du haust jetzt ab von mir lass mich ruhe oh mein gott mein gott 6 1 ich mach mal eben kurz vor bitte so ich glaube das zeigt das eigentlich ganz gut was das spiel gerade mit mir macht holy fuck ich hab mir den nippelfall ab das ist wer ich bin das ist wer ich war Ja, also sie, eine liebevolle Ehefrau ja, wie eine absolute Schnapsnase in Säufer der alles verkackt hat aber doch dann versucht haben nachdem sie einen Unfall hatte das irgendwie wieder rückgängig zu machen und keine Ahnung Ich möchte nicht Ich möchte echt nicht also ne, ich möchte es halt wirklich nicht naja, ich werde mal machen hier oder muss ich ich möchte nicht nicht ich möchte nicht Einen kleinen Cut, eine kleine Pinkelpause. Doch, Freunde, da sind wir wieder. Live-Start, das musste jetzt sein, sonst wäre ich nach hinten losgegangen. Dann legte ich die Tube in die Jarre und es durfte einfach kommen. Ein Tast von Koppel hat mich die ganze Nacht verhöhnt. Warum habe ich nicht über einen Syringe gedacht? Nur du weißt, mein Freund, was in deiner Birne abgeht. Oh Gott. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich muss da jetzt wieder hoch? Really? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Okay, doch. Das sieht friedlich aus. Machst du. Mach hier. Geil. Geil, 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 geil. Ah, ähm. Ja. Wir sind wieder im Leuchtturm. Okay. Okay. Hallo? What? Hallo? 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 Komm! Ich habe deine Wahrheit. Was ist denn? Komm! Ich habe deine Wahrheit. Was hat dir geblüht, wenn deine Frau geblüht? Erzähl mir! Alter! Hab ich das erwischt! Du gottlose Stück! Werde ich nicht, ob wir es schon gesehen haben. Oh Gott! Da war ja was. Dieses Gemälde. Oh Gott. Telefon? Hallo? Oh, thank God. Es ist mir. Mama? Hat etwas passiert? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Es ist, ich bin. Mom. Es ist night. Ich denke, du hast nur ein schlechtes Gemäld. Alles wird okay in der Morgen. Ich denke, die Leithaus wird schuldig, aber... Komm schon. Es ist du, der will da gehen. Nein. Du verstehst nicht. Es ist schmerz. Es ist glücklich und ich kann nicht schreiben. Alles ist... Hallo? Hallo? Oh mein... Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. So... Ich bin hier. Für ein Ort, die zu einer Posh-Ass-Agenz. Das ist weirrt. Wenn sie ein Dekor haben wollten, das mit der Geschichte mit der Geschichte... Hmm. Sie haben es geschafft. Es ist schmerz. Es sind Rats und es sind weirrende Schilder. Ich werde nicht lieben. Ich fühle mich, als wäre es ein verletzendes Experiment gewesen. Ich kann... Ich kann jetzt da gar nichts zuhören. Ich bin zu angespannt. Fuck. Natürlich... In den Keller. Ernsthaft? Weil der Strom... Oh Gott. Wie? Sie fragt. Oh... Oh... The same way I helped the painter... The musician... And the actor. All you have to do is choose. Your voice will be heard. It won't. It never is. Ich schwöre, wenn ich sage, ich hab grad einfach Angst. Ich hab grad einfach Angst. Es ist wirklich so. Lass mich doch hier wieder an die Schreibmaschine. Ich will hier nicht weiter sein. Ja, bum bum. Zu. Oh! Und jetzt... Mit meiner Hilfe... Es ist möglich. Du wählst es, zu benutzen? Setz. Ich mache es. Ich wähle deine Hilfe. Oh... Dann... Es ist fertig. Jetzt hast du dein eigenes Grab geschaufelt, Maus. Du hast dein eigenes Grab geschaufelt. Hallo? Oh... Thank god you're okay. What happened? What do you mean? I... Uh... You were scared. And the call was cut off, and... Oh, that... That's nothing. The generator died. It's fine now. Oh. Oh. Okay. I guess that's good. How do you feel? You sounded upset. I'm worried. I'm good. But... I'm good, son. It's as you said. I'm exactly in the place I wanted to be. Are you... Yes, I'm sure. I need to get back to work. Goodnight. Love you. Okay. Okay. Oh, fuck. Oh, god. Moths. Trawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair, or hate. Hmm. Oh. Ich bin am Ende. Ich bin echt durch. So. Abend ist das dritte Kapitel abgeschlossen. Wir haben noch drei, äh, Abteilen vor uns. Dann sollten wir durch sein. Hey, jetzt kannst du mich hören. Ja. Und wir hören's auch schon eingeleitet. Wir hören Kindergelache. Aber das, meine Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge. Was uns da erwarten wird. Oh mein Gott. Freunde, ich danke euch fürs dabei sein. Ich danke euch fürs zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Da rein. Danke für die ganze Liebe. Ciao, ciao.